Leute, zieht euch alle den Gurt im Auto Ristis fest, beziehungsweise schnallt euch Wunder oder schnallt euch sehr gut an, denn es wird heute Ristis abgehen hier in Mario Kart 8. Ja, ihr habt das Ristis erfasst. Wir werden uns dem 200er Niveau widmen. Und da haben wir noch überhaupt nichts erreicht. Und da kommt es wirklich darauf an, dass wir uns die drei Sterne schnappen. Gespiegelt werden wir natürlich auch noch irgendwann machen, das ist kein Problem. Aber wir fangen mal mit dem 200er Kubikraum an. Und hier ist es wirklich das A und O, dass wir uns wirklich eine gute Kombination aussuchen, die wirklich auch was bringt. Ich würde mal einfach vorschlagen, dass wir mal Lemmy ausprobieren. Und jetzt haben wir ein neues Fahrzeugteil. Wie cool. Sehr schön. Sauseschuh, ne. Okay, das ist. Ja, da müssen wir halt immer mal gucken, wenn wir mal das Fahrzeug nehmen. Das hat, ja, ist alles nicht so ganz so optimal. Deswegen würde ich mal vorschlagen, gucken wir mal, was es mit Eponator aufs ist hat. Und klar, wenn man das mit den... Ja, das ist eigentlich auch nicht ganz so gut, ne. Aber... Ha, das ist jetzt irgendwie schwer zu entscheiden. Wir könnten doch mal einfach den Bull Light ausprobieren. Und dann können wir mit diesen Rädern auch nochmal so ein bisschen Tempo und Beschleunigung beeinflussen. Ich würde sagen, wir nehmen da mal die Retro-Räder. Und dann nehmen wir mal... Ja, ich würde sagen, den Fallschirm als Gleiter. Ich hoffe, das ist eine gute Kombination. Ja, wir fangen wie immer mit dem Pilzkab an. Ich gebe mir viel Glück. Ihr gebt mir hoffentlich auch viel Glück. Und dann gucken wir mal, wie wir uns schlagen werden. Ich habe jetzt eine Kombination ausgesucht, die hoffentlich okay ist. Wie gesagt, es gibt ja so gute Kombinationen wie zum Beispiel Koopa mit... Keine Ahnung was. Es geht halt... Das ist halt immer ganz entscheidend. Die Figur, die man nimmt, das Fahrzeug, die Räder und natürlich auch der Gleiter sind ganz wesentlich dafür, ob man mit einem Fahrzeug Erfolg hat. Und es sieht so aus. Als hätten wir mit diesem Fahrzeug eine ziemlich gute Entscheidung getroffen. Aber man sieht schon, ne? Im Gegensatz zu den anderen Niveaus. Hier geht es Ristis ab. Boah, also ich bin echt erstaunt, ne? Wow, aber wir müssten die Laterne fahren. Sehr nice. Aber die beiden sind ja Essen, das einzuholen, ne? Ach du Scheiße. So. So. Und du da vorne genauso. Sehr cool. Wir haben es sogar auf den ersten Platz geschafft. Ist das nicht nice? Ja, aber hier kommt es wirklich darauf an, schnell zu sein, die Gegner schnell in Schach zu halten und dann funktioniert das auch schon. Okay. Gut. Und immer darauf achten, wenn es geht, immer Items hinten dran, damit man, wie in diesem Fall, geschützt ist. Also. Wow. Das war knapp. Aber Leute. Wir haben es geschafft. Den ersten Platz. In der ersten Strecke. Im 200er Niveau. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also drei Sterne. In einem Cup. Das wäre ja schon echt cool. Verspressen kann es es nicht. Aber wir können natürlich alles geben. Indem wir zum Beispiel am Anfang darauf achten, zum richtigen Moment den Startknopf zu drücken, damit wir einen Beschleunigungsboost kriegen. Weil einen Fehlstart könnten wir so ganz und gar nicht gebrauchen. So. Vorsicht. Donkey Kong hat einen Panzer dabei. So. Und mit dem machen wir jetzt das Rennen hier. Was? Äh, was war das denn jetzt? Hä? Das muss mir doch bitte einer klären. Wie kommt das denn zustande? Naja. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. So. Das war eine... Au. Okay. Das war jetzt ein bisschen suboptimal. Alter Scheiße. Okay. Den Panzer hat es jemand anderes erwischt. Sehr schön. So. Aber hier sieht das Blatt schon völlig anders aus. So. Okay. Sehr schön. Na dann. Wow. Also hier geht es aber wirklich zur Sache. Na. Och nö. Ey, jetzt kommt her. Jetzt erzählt mir ja kein Mist. Aber das kann es doch wirklich nicht sein. So. Jetzt kommt her. Wow. Wir sind sogar. Erster Platz. Oh nö. Ey, geil, Alter. So. Mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler. Das gibt's nicht. Alter. Ist das eine gute Fahrzeugkombi, ne? Ich könnte so ausrasten. Die ist saugut. Also jetzt mal ohne Witz. Aber mit der kann man hier Ristis Punkte holen. Und das müssen wir hinkriegen. Aber ich überlege erst, wie das später in, zum Beispiel im Special Cup sein wird, wenn wir da in Bowsers Festung fahren. Alter. Das. Das, Leute, wird ein Spaß. ist aber sowas von. Also. Three, two, one, go. Ja, man sieht die Fahrzeuge der anderen, die wurden so gewählt, dass sie zwar nicht so viel Geschwindigkeit haben, dafür aber viel Beschleunigung. Weshalb die natürlich am Anfang auch viel schneller beschleunigen, als jetzt wir. Ne, aber ich finde, es ist immer so eine Frage, ich finde Tempo eigentlich, ganz ehrlich, fast schon ein bisschen besser, als Beschleunigung. Also die Beschleunigung, die sollte jetzt nicht zu klein sein, aber die sollte, finde es auch nicht, zu groß sein. Also ich finde es eher wistig, dass das Tempo stimmt. Weil wenn man erstmal Temporistis drauf hat, dann ist das, dann ist alles andere eigentlich, nicht mehr so das Problem. Ne. Es geht aber darum, dass man viel Geschwindigkeit hat, um die auch wirklich überholen zu können. Alles klar. Perfekt. So. So, und ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal diese Strecke. Ich glaube, die ist fast ein bisschen besser. Ach du Scheiße, das war jetzt Mist. Hahaha. Och nö. Okay. Ach Mensch, ey. Jetzt kommt her. Jetzt kommt her. Sehr schön. Na, kann es noch was werden? Perfekt. Oder doch, Mist. Okay, dann halt Mist. Dann halt Mist, ne? Wow. Ne, das wird nichts mehr mit den drei Sternen. Aber Leute, zweiter Platz. Ich bin froh, Alter. Okay. Und es reißt auch noch für den ersten Platz drei Sterne sind es leider nicht mehr. Da hätten wir den ersten erreißen müssen. Aber 200, sag ich es mal, Respekt. Wirklich Respekt. Okay. Letzte Strecke. Die Steinblockruinen. Oh, die werden nice. Da bin ich aber gespannt drauf. Na dann. In German Style. Drei. Zwei. Eins. Go. So. Sehr schön. Okay. Das war ein guter Start. Ganz im Ernst. Aber ich finde das schon echt schnell, ne? Also das, wenn das langsam, also wenn mir einer sagt, dass das langsam ist, ne? Den könnte es erst um einen Kopf kürzer machen. Wow. So, das war jetzt suboptimal. Aber gut. Okay. Wow. Alles klar, Alter. So, den legen wir uns hinten dran, falls etwas passieren sollte. Und auch hier muss man immer, immer, immer darauf achten, dass man nicht gegen die Wände kollidiert, weil das kann böse ins Auge gehen. Sehr schön. Volltreffer. Sehr cool. Alter. Das war ein Ristis sau guter Drift. Sehr cool. So muss es laufen. Ja, hätten wir doch auch den ersten Platz im zuckersüßen Canyon bekommen, aber nee. Natürlich ist Nist. So, nimm Tempo auf. Nimm Tempo auf. Koopa darf uns Nist einholen und das tut der Nist, weil wir sind erster Platz. Oh mein Gott. Ja. Schade, 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 dass es nur zwei Sterne geworden sind. Aber okay. So ist es nun mal. Es geht nicht immer alles im Leben, aber vieles und das viele ist in dem Fall, dass wir den ersten Platz bekommen haben. Also die Goldmedaille. sehr schön. Ein goldener Pilz, naja, zwei Sterne, alles klar. Irgendwann schaffen wir uns es auch noch, ja, drei Sterne zu holen. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet, sehr schön. Ja, wir haben Nibus Stempel bekommen, den wollen wir aber Nist posten. Ja, Leute, der zweite Charakter oder der neue Charakter ist natürlich das Anlass dafür weiter zu spielen, aber wir werden an dieser Stelle jetzt einfach mal aufhören. Ich hoffe, euch hat das Christus gut gefallen. Wenn, ja, dann gebt mir einen Daumen hoch und es freut mich immer, wenn ihr mir es abonniert. Beim nächsten Mal geht es dann auf in den nächsten Cup und vielleicht probieren wir mal sogar den neuen Charakter aus. Ja, dann sage ich es an der Stelle einfach mal, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und ciao.